Und die Berechnung von Steuern, Sozialabgaben und Aufwand von Löhnen und Gehältern einmal gemeinsam vornehmen. Allgemeine Berechnung von Steuern, Sozialabgaben und Aufwand von Löhnen und Gehältern mittels Tabelle. Zur Berechnung der Steuern, Sozialabgaben und dem Aufwand von Löhnen und Gehältern ist folgende Tabellenform zu verwenden, mit der sich die Steuern, die Sozialabgaben für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, der auszubezahlende Lohn und der Gesamtaufwand für das Unternehmen berechnen lässt. Also Sie werden immer eine solche Tabelle in der Klausur vorfinden. Hier sieht erstmal furchtbar kompliziert und überladen aus. Ich habe jetzt noch nicht alles natürlich eingeblendet, damit wir uns hier ein bisschen durchhangeln können. Also Sie haben hier immer eine erste Spalte, dann haben Sie in der zweiten Spalte wird immer das Gehalt geschrieben, in die dritte Spalte eben die Steuern, in die vierte Spalte kommen die Sozialabgaben, wobei die sich natürlich aufteilen in Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ja, die würden dann jeweils hierhin geschrieben werden. Und dann haben Sie nochmal eine Spalte Aufwand Arbeitgeber. Und damit, mit dieser Tabelle können Sie im Grunde alle Werte ausrechnen, die sich später zur Verbuchung von Löhnen und Gehältern brauchen. Und in der Klausur ist es meist so, dass das hier der schwierige Teil ist. Also erstmal zu bestimmen, wie hoch ist das Gehalt, beziehungsweise was ist der Nettolohn, was muss ich ausbezahlen, wie hoch sind die Sozialabgaben und so weiter. Weil die gilt es am Ende eben zu verbuchen. Und das erste, was wir immer haben, hier steht eben Brutto. Und Brutto wird natürlich einmal der Bruttolohn hier bei Gehalt eingetragen. Und dann zusätzlich tragen Sie bitte einmal beim Aufwand Arbeitgeber den Bruttolohn ein. Weil der Arbeitgeber zahlt ja letztlich den Bruttolohn insgesamt eigentlich. Deswegen muss der hier auch nochmal eingetragen werden. Dann haben wir eben die Lohnsteuer, die vom Bruttolohn abgezogen wird. Die ist auch immer bestimmt. Also die haben Sie meistens angegeben. Da gibt es nämlich keinen Prozentsatz. Der Prozentsatz ändert sich, je nachdem welches Gehalt Sie haben. Und Sie würden das aber in der Spalte steuern, würden Sie eben hier die Lohnsteuer eintragen. Die hat aber nichts mit dem Arbeitgeberaufwand zu tun. Der Arbeitgeber zahlt keine Lohnsteuer. Er führt sie nur später ab und behält sie ein. Dann haben wir noch zusätzlich die Kirchensteuer gehabt. Erinnern Sie sich noch, welcher Prozentsatz das war. Wobei Sie sich den, wie gesagt, nicht merken müssen. Das war 9%. Und dann würden Sie eben von der Lohnsteuer, also die Lohnsteuer nehmen und mal 0,09 rechnen. Ja, also wieder ganz normal unseren Prozentsatz. Sie rechnen ja immer den Prozentsatz durch 100 erstmal. Also 9 durch 100. Und multiplizieren das dann mit der Lohnsteuer. Und dann ziehen Sie davon noch den Solidaritätszuschlag ab. Sofern der in Ihrer Prüfung noch vorhanden ist mit 5,5%. Also würden Sie nochmal rechnen Lohnsteuer mal 0,055. Und kämen so eben auch auf den Solidaritätszuschlag. Und das wären Ihre gesamten Steuern. Das heißt, hier steht dann Summe. Und dann würden Sie die Steuern einmal bitte hier zusammenrechnen. Zur Summe aller Steuern. Und dann wissen Sie schon die Summe aller Steuern, die sich später zu verbuchen haben. Ja, also die werden Sie verbuchen müssen, weil die werden letztlich vom Arbeitgeber einbehalten. Ja, die zahlen wir im Grunde nicht aus. Dann kommen wir zu den Sozialabgaben. Das heißt, wir kommen erstmal zur Krankenversicherung. Die war 14,6% groß. Und Sozialabgaben tragen Sie bitte immer hier ein. Wobei Sie hier jetzt rechnen würden Bruttolohn. Ja, die sind alle vom Bruttolohn, haben wir ja eben gesagt. Sozialabgaben, alle Sozialabgaben beziehen sich auf den Bruttolohn. Also Bruttolohn mal 0,146. Also die 14,6%. Und weil wir eben nur die Hälfte als Arbeitnehmer tragen, dann durch 2. Und dieses Ergebnis würden Sie natürlich nochmal beim Arbeitgeber eintragen. Also an dieser Stelle hier. Und dann würden Sie auch vom Arbeitgeber eben nochmal, das ist noch ein Aufwand, zusätzlich zum Bruttolohn, würden Sie den Arbeitgeberanteil hier auch nochmal eintragen. Dann hätten wir die Pflegeversicherung mit 3,05%. Also würden Sie rechnen Bruttolohn mal 0,0305 durch 2. Das Ergebnis würden Sie auch noch beim Arbeitgeber eintragen und eben beim Aufwand des Arbeitgebers. Ja, also Sie würden im Grunde 3 mal das gleiche Ergebnis hier eintragen. Dann hätten Sie die Rentenversicherung mit 18,6%. Da würden Sie eben rechnen Bruttolohn mal 0,186 durch 2. Das Ergebnis würden Sie nochmal hier eintragen und hier eintragen. Dann hätten Sie noch die Arbeitslosenversicherung mit 2,4%. Bruttolohn mal 0,024 durch 2. Das Ergebnis tragen Sie auch nochmal zusätzlich hier ein und hier ein. Und dann Sonderbeitrag zur Krankenversicherung. Wir gehen jetzt einfach mal von 0,9% aus. Das könnte ein anderer Prozentsatz sein. Ja, wir haben einmal hier 0,9% gewählt. Also Bruttolohn mal 0,009. Ja, bitte passen Sie da auf. Das sind 0,9%. Und dann durch 2 und das Ergebnis natürlich hier auch nochmal eintragen und hier auch nochmal eintragen. Und dann Achtung an dieser Stelle. Sonderbeitrag zur Pflegeversicherung sind 0,25%. Da würden Sie dann rechnen Bruttolohn mal 0,0025. Und dadurch, dass das natürlich nur für den Arbeitnehmer gilt, gilt es jetzt hier nicht durch 2 zu rechnen. Und hier ist auch nichts einzutragen und hier ist auch nichts einzutragen. Ja, das ist der einzige Beitrag, wo Sie wirklich sehr, sehr genau aufpassen müssen, dass Sie den nicht einfach teilen, so wie wir es mit den anderen Sozialversicherungsbeiträgen hier oben getan haben. Und dann machen Sie natürlich wieder eine Summe draus. Also immer, wenn Sie diese zwei Striche sehen, dann ist hier immer eine Summe zu finden. Und dann würden Sie hier einmal den Arbeitnehmeranteil komplett zusammenaddieren. Also an Sozialversicherungsbeiträgen, Summe aller Sozialversicherungsabgaben Arbeitnehmer. Das Ganze würden Sie auch für den Arbeitgeber machen. Und dann würden Sie hier auch beim Aufwand, würden Sie auch nochmal die Summe aller Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers hinschreiben. Ja, also diese Kästchen sind im Grunde alle gleich. Man führt hier das zweimal auf jeden Fall auf. Damit haben Sie schon den Großteil eigentlich geschafft. Dann kommen wir zum Nettolohn. Was meinen Sie? Wie machen wir das? Naja, wir müssen einmal von oben links nach unten rechts hier einmal gehen. Also Bruttolohn minus Summe aller Steuern minus Summe aller Sozialabgaben Arbeitnehmer, bitte. Ja, und wenn Sie das einmal dann ausrechnen, also wenn Sie die Steuern abziehen und die Sozialabgaben des Arbeitnehmers, dann kommen Sie zum Nettolohn. Und dann müssen Sie gegebenenfalls, was Sie eben in der Prüfung noch haben, noch eine Abschlagszahlung davon abziehen. Und die Abschlagszahlung ist dann letztlich der Lohnvorschuss. Also die Vorauszahlung, die schon geleistet wurde vom Arbeitgeber, die würden wir natürlich vom Nettogehalt des Arbeitnehmers abziehen. Deswegen letztendlich die Auszahlung. Die würde dann lauten Netto minus Lohnvorschuss. Das würden wir letztlich als Auszahlung dann verbuchen bzw. überweisen auf das Konto unseres Arbeitnehmers. Dann haben wir als allerletztes noch den Aufwand des Arbeitgebers, also den Gesamtaufwand. Hier müssen Sie im Grunde einfach nur den Bruttolohn nehmen plus die Summe aller Sozialabgaben vom Arbeitgeber. Dann kommen Sie zum Gesamtaufwand des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber hat keine Steuern zu bezahlen. Ja, also die Steuern betreffen wirklich nur immer den Arbeitnehmer. Es geht wirklich immer nur Bruttolohn plus Summe aller Sozialabgaben des Arbeitgebers ist dann der Gesamtaufwand, den letztlich der Arbeitgeber zu bezahlen hat für seinen Angestellten. Ja, also er trägt nicht nur den Bruttolohn, sondern natürlich auch die Sozialabgaben nochmal zuzüglich dazu. Machen wir das einmal beispielhaft. Also beispielhafte Berechnung von Steuern, Sozialabgaben und Aufwand von Löhnen und Gehältern. Beispielhafte Berechnung von Steuern, Sozialabgaben und Aufwand von Löhnen und Gehältern mittels Tabelle. Es soll von einem Angestellten, Geburtsjahr 1980, wir gehen mal von 2020 aus, also er wird 40 Jahre alt sein, ledig keine Kinder, katholische Konfession, Wohn- und Kirchensteuerpflichtig in NRW ausgegangen werden, der einen Bruttolohn in Höhe von 3.232,55 Euro im Monat März erhält. Die Lohnsteuer beträgt 465,33 Euro, wobei dem Angestellten ein Gehaltsvorschuss in Höhe von 500 Euro bezahlt wurde. Die einbehaltenen Steuern, Sozialabgaben, der auszuzahlenden Lohn und der Gesamtaufwand lassen sich wie folgt ermitteln. Und zwar schauen wir es uns einmal an. Wir haben jetzt unsere Tabelle, so würden Sie sie wahrscheinlich auch in der Klausur vorfinden, die ist also unausgefüllt, manchmal steht schon der Bruttolohn drin, liebevoll für Sie und gegebenenfalls auch die Lohnsteuer. Nur meistens müssen Sie es eigentlich komplett selber ausfüllen. Das heißt, wir packen hier einmal unseren Bruttolohn rein, der beträgt ja 3.232,55 Euro, tragen wir einmal in den Spalte Gehalt ein und nochmal beim Aufwand des Arbeitgebers. Bitte daran denken, dass Sie hier hinten das auch nochmal eintragen. Und dann hätten wir die Lohnsteuer, die ist 465,33 Euro groß, die würden wir eben bei den Steuern eintragen, Lohnsteuer, Steuern und zack, rein damit. Dann müssen wir die Kirchensteuer ausrechnen. Wir wohnen in NRW, wie gesagt, wie meistens, die Kirchensteuer würde auch jetzt im Text noch irgendwo angegeben sein oder als kleine Fußnote irgendwo stehen und die beträgt jetzt hier 9%. Also würden wir die 465,33 mal 0,09 rechnen, wären dann 41,88 Euro an Kirchensteuer. Ja, bitte immer daran denken, das bezieht sich immer auf die Lohnsteuer, diese Prozentsätze. Ja, und dann haben wir noch den Solidaritätszuschlag von 5,5%. Wir gehen noch davon aus, auch im Hinblick darauf, dass wenn Sie Altklausuren machen, haben Sie auch zusätzlich immer nochmal den Solidaritätszuschlag, sodass Sie den auch auf jeden Fall berechnen können. Also die 465,33 mal 0,055 wären dann 25,59 Euro. Und das würden Sie einmal zusammenaddieren, bitte als Summe. Das wäre als Summe 532,80 Euro, die hier insgesamt an Steuern zu zahlen wären vom Arbeitnehmer. Dann kämen wir zur Krankenversicherung. Hier 14,6%, also würden wir rechnen, Achtung, und das bezieht sich jetzt auf den Bruttolohn, 3.232,55 mal 0,146. Und dadurch, dass der Arbeitnehmer nur die Hälfte übernimmt, also durch 2, kämen wir auf 235,98 Euro. Und die packen wir auch hier rein und die packen wir natürlich auch hier rein. Ja, Pflegeversicherung waren 3,05%, also unsere 3.232,55 mal 0,0305 durch 2 wären 49,30 Euro, zahlt auch der Arbeitgeber und ist auch der Aufwand des Arbeitgebers. Dann Rentenversicherung wären 18,6%, also die 3.232,55 mal 0,186 durch 2 wären 300,63 Euro. Und auch hier 300,63 Euro und natürlich ist das auch gleichzeitig ein Aufwand. Dann die Arbeitslosenversicherung, 2,4%, wären 3.232,55 mal 0,024 durch 2. Und dann kämen wir hier auf 38,79 Euro. Die tragen wir auch hier ein und die tragen wir auch hier ein. Und dann der Sonderbeitrag zur Krankenversicherung, den habe ich jetzt hier oben nicht erwähnt, der soll wieder 0,9% sein, also 3.232,55 mal 0,009 durch 2 wären 14,55 Euro und hier dann auch dementsprechend 14,55 Euro. Also wäre das auch ein Aufwand für den Arbeitgeber. Und der Sonderbeitrag zur Pflegeversicherung, da müssen wir einmal kurz gucken. Er ist 40 Jahre alt, also über 23, er ist ledig, hat keine Kinder, also auf jeden Fall trifft er zu. Sind 0,25% und jetzt hier die Besonderheit ist nur vom Arbeitnehmer zu bezahlen. Also die 3.232,55 mal 0,0025 wären dann 8,08 Euro, die Nummer zusätzlich der Arbeitnehmer zu bezahlen hätte. Dann würden wir hingehen und das alles einmal zusammenaddieren. Vom Arbeitnehmer kämen wir hier auf 647,33 Euro. Dann würden wir das alles vom Arbeitgeber zusammenaddieren. Sie können auch einfach minus 8,08 dieses Ergebnis rechnen, würde auch funktionieren. Kämen wir auf 639,25 Euro und die tragen wir natürlich auch nochmal hier ein. Jetzt können wir den Nettolohn ausrechnen, das heißt wir nehmen das Bruttogehalt minus die Summe der Steuern minus die Summe der Sozialabgaben. Einmal immer von oben, links nach unten, rechts durch die Spalten gehen und immer bitte die Summen natürlich nehmen. Also würden wir schreiben 3.232,55 minus den Steuern von 532,8 minus den Sozialabgaben von 647,33. Würde dann ein Nettolohn von 2.052,42 Euro machen. Dann haben wir noch die Abschlagszahlung, die bitte nie vergessen. Die ist meistens in der Prüfung von 500 Euro. Und die würden wir natürlich auch nochmal abziehen, also von den 2.052,42 minus 500. Also würden wir letztendlich als Lohn netto ausbezahlen als Unternehmen 1.552,42 Euro. Wie hoch wäre unser Gesamtaufwand? Naja, jetzt müssen wir hier einmal den Bruttolohn plus die Summe der Sozialabgaben für den Arbeitgeber rechnen. Und dann kämen wir hier eben auf 3.871,8 Euro, die wir für diesen Arbeitnehmer bezahlen müssten. Insgesamt bzw. unser gesamter Aufwand ist für unser Unternehmen, was wieder natürlich unseren Gewinn schmälert. Ich hoffe, dass es soweit klar geworden ist, was die Berechnung von Steuern, Sozialabgaben und Aufwand von Löhnen und Gehältern angeht. Bitte seien Sie sich sicher, dass Sie diese Tabelle auch wirklich ausfüllen können. Ja, das ist essentiell wichtig, weil ansonsten können Sie im Grunde nicht buchen bzw. die richtigen Beträge nicht buchen. Sie können natürlich immer dann die richtigen Konten angeben, aber Sie könnten die Beträge nicht buchen. Und das wäre ärgerlich, deswegen haben Sie das auf jeden Fall drauf. Manchmal kann es in der Prüfung, wie gesagt, auch so sein, dass die komplette Krankenversicherung als Absolutbetrag angegeben ist. Also beispielsweise hier als, sagen wir einfach mal, runden wir ein bisschen auf auf 500 Euro. Ja, dann würde das im Text stehen, der Krankenversicherungsbeitrag beträgt insgesamt 500 Euro. Dann bitte aufpassen, da gehört natürlich die Hälfte dann dem Arbeitnehmer und die Hälfte dem Arbeitgeber. Also Sie würden dann die 500 Euro durch zwei Rechnen 250 und 250 machen. Aber ich glaube, das wird soweit klar werden und das haben Sie auf jeden Fall auch nochmal in den Übungsaufgaben, falls Sie sie haben, sodass Sie diesen Fall auch nochmal finden. Schwieriger ist es eigentlich, mit den Prozentsätzen zu rechnen letztendlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017